einen schönen guten tag und willkommen zurück bei der nächsten folge x4 foundations hallo so ich war fleißig dabei am kristalle farm ich muss gleich von vorne weg sagen ich habe mir eine motto runtergeladen im workshop der das ganze ein bisschen einfacher macht so da sehen wir zum beispiel schon mal blinken es blinkt ein bisschen anders aber der ganz große vorteil die dinger leuchten jetzt massiva also in dem fall jetzt zum beispiel grün ja die kristalle an sich haben noch mal andere farben so und dann ist das grün weg also man erkennt jetzt auch schon auf etwas größerer distanz da hinten sind zum beispiel welche die naja silbernen das sind diese band sie ganz billigen die suche ich nicht denn die bringe nur 1000 also klar wenn man jetzt diese mod nicht hat und sich einfach nur dieses blinken konzentrieren muss da nimmt man natürlich alt mit was geht aber jetzt ist es doch das beispiel grüner deutlich einfacher die kristalle zu finden auch unabhängig vom blinken da ist ein weißer oder ein silberner obwohl ich glaube in der mod beschreibung stand weiß die grünen waren die wir mal nach der roi wiesen jemanden und der lorians menelan weiß gar nicht welche die zweit wertvoll zu sind so wir können gleich mal gucken ich habe auf jeden fall schon divers ist so und kann aber kurz ins inventar gucken inventory ja also ich bin so bei knappen naja vielleicht fünf millionen sechs millionen ja so sieben millionen wahrscheinlich also die menelan sind für zehn okay das sind die grünen blau silber ja ok na doch silber die teuersten sind jetzt orange und mit und okay lila und orange und grün blau also lila ne orange lila blau grün weiß orange lila blau grün weiß also orange sind die die suche ich glaube ich habe jetzt mit hilfe der mod 4 bandanit stellen ich glaube waren die teuersten schon gefunden also wie gesagt es ist deutlich deutlich einfacher mit der mod nach neben voranzagen dass ein blauer aber das ist ein super highway ja ich würde sagen wir fliegen aber ganz kurz ein bisschen durch da blinkt doch irgendwas oder ne ich mir täuscht so das ist einfach nur die farbe da sind keine kristalle drauf ja ich weiß nicht ob das jetzt hier der perfekteste spot für kristalljäger sind äh ist sind ist ward mörd das könnte blau sein also das auf jeden fall ein kristall das ist ja super highway so da kommt noch eine ganze fuhr jetzt haben wir alle ja naja ne also so ist es deutlich einfacher da haben wir noch mal grün ähm also ganz besonders grün fällt auf und tatsächlich finde ich die lilanen auch noch sehr auffällig blau wird manchmal schwierig weiß also die ganz billigen sind für mich eigentlich am schwierigsten zu erkennen ja gut und orange also ich sag mal so wenn ich orange wo sonst ding wenn ich orange gesehen habe dann habe ich es auch sofort erkannt aber weil ich auch auch auf orange am meisten achte das kack ding asteroid ja das ist auch da alter ja mein versteck so dass noch ein weißer wie gesagt die weißen naja lasse ich jetzt mal aus habe ich jetzt alle ich weiß nicht ob man die auch im reisemodus sieht das habe ich noch nicht ausprobiert ich bin jetzt hier entspannt mit dem normalen modus unterwegs beziehungsweise ab und zu mal so ein bisschen kleinen schub geben da haben wir noch mal weißen ich glaube da ist auch ein weißer ja da ist ein weißer ach ist das schön also manche sagen es ist ein bisschen cheaten weil tatsächlich die kristalle nicht im verhältnis stehen es ist einfach ich finde es auch tatsächlich ein bisschen übertrieben es müsste gleich alles grün werden eigentlich asteroid oder ähm weil ganz besonders diese badanit oder bandanit kristalle gut die findet man wirklich sehr sehr selten aber wenn halt einer schon 125.000 wert ist ja es ist es ist meiner meinung nach immer noch die schnellste variante um geld zu kassieren in diesem spiel ich finde es für den anfang okay später würde ich wahrscheinlich kristalle eher seltener fahren einfach weil wir dann andere möglichkeiten haben an geld zu kommen okay ist irgendwie gar nichts mehr ähm von daher ich würde es einfach mal so als starter bonus betiteln ach der ruin was ich jetzt aber auch nicht unbedingt komplett ausnutzen möchte so da oben ist er also die grünen dinger zu finden manchmal ist echte kunst ich würde euch gerne noch mal lila äh lila ne orangene zeigen aber jetzt habe ich natürlich genau pech mit den orangenen da müssen wir uns mal orientieren so wir drehen uns mal wieder richtig rum ich muss schon wieder diesen ah sorry halb noch zu hören wahrscheinlich ja also ich weiß nicht ob ich euch jetzt auf spontansten wege orangene finde wahrscheinlich eher nicht also ich düse jetzt hier nochmal einmal kurz durch und dann würde ich es jetzt dabei belassen so ach so ja ich habe hier profitabler handel 1 3 4 da war ich jetzt handeln also nicht aufregnet gut wir fliegen erstmal eigentlich ist es wo ich hinfliege ich muss jetzt für teuer geld verkaufen also über den marktwert aber ich fliege mal hier hin weil dann haben wir gleich mal vier stationen mehr oder weniger beieinander das sind schiffe oder unbekanntes schiff ja was für einen scanner habe ich eigentlich dass ich nur auf 40 km die ganzen dinger erkenne habe ich nur diesen polizei scanner drin ach so eine sache muss ich auch noch erzählen am ende der letzten folge habe ich gleich in dem sektor einen auftrag angenommen jetzt fragt mich mal einer was das war keine ahnung da waren auf jeden fall kark in der nähe ach genau da hat ein schiff festgesteckt da hat ein schiff festgesteckt und ich sollte es aus dem minenfeld befreien ja bin dann voll in den kark angriff geraten man hat mich getötet so deswegen ist alles was in der letzten folge passiert ist eigentlich nicht passiert also ich habe eigentlich ja nicht viel gemacht außer ich glaube ein zwei missionen für die hatte qua und wir haben ein nee ein mittleres schürferschiff in auftrag gegeben das gibt es jetzt auch nicht mehr wie gesagt aufgrund der tatsache dass ich tot war und ja was aber auch nicht ganz ärgerlich ist denn jetzt wo wir ein bisschen mehr geld gleich haben können wir uns vielleicht auch einen stufe l schürfer holen ach der pegasus ja ja der nervt mich schon seit ewigkeiten dass er keine aufträge mehr hat weil ich jetzt so im schürfen war schürfen ja also von daher werden wir wenn wir unsere ganzen naja danke wenn wir unsere ganzen kristalle jetzt verkauft haben werden wir gleich ein l schiff kaufen so seid ihr immer noch so krass der ist ok ok der ist mal normal der ist aber auch schon wieder krass schon wieder zweieinhalb sterne ich grüße hallo ich glemmer 46 instabile und die werde ich halt nicht los auf normalem wege bitte sehr achso ja das haben wir natürlich auch wieder alles am start so agilie jetzt muss ich ganz kurz gucken ach ich weiß die preise nicht also gefühlt ist das alles schlechter kann das sein guten profitieren ja danke ich muss mir ja sorry ich muss mal ganz kurz eine liste machen mit den grundpreisen von den kristallen agilie agilie ja wir gehen einfach von oben nach unten also 125 äh 20 15 10 und 1 20 15 10 und 1 müssen wir kurz davor schreiben was was ist burnit agilit äh ja gut bandanit aber gut das nur für jetzt das sammeln wir aber nicht mehr mitonit sind die 20er und die 10er sind menela menelaen ok kann ich ihnen helfen bitte sehr so agilostake kriegst du auf jeden Fall den Rest müssen wir behalten den Rest müssen wir behalten agiliet weniger weniger deutlich weniger menelaen oh naja ah du kriegst Glückwunsch kriegst du nur das Agnus Deck ja lume lume verteidiger abdocken naja gut das war ja wenig erfolgreich dann fliegen wir direkt zur nächsten Station ich glaube die ist näher oder ja kann ich so einen Bogen fliegen ist ok ich müsste nochmal scannen also sicher jetzt Container kennen wir aber ich glaube dass hier vielleicht auch noch Station sein könnten alter Bob Ross geht mir so auf den Schlitz hier mit seinem rumgescanner ja weil du denkst halt dass du immer angegriffen wirst mit diesem dass da irgendwelche Projektil umher fliegen undock erlaubnis erteilt ach dieser lande computer 2 ist super hier erfolgreich angedockt der dreht nur durch die älter Doktor wir sind erfreut sie an Bord zu begrüßen hallo Teladis ich hoffe euer Händler hat hier ein bisschen bessere Angebote ja ja ach unser Sammler ist hervorragend kann ich ihnen helfen bitte sehr Agilid nö mhm absolut nein na mitonik können wir auf jeden Fall verkaufen komm hier die Dinger kriegt er auch noch 2,6 Millionen guten Profit ihnen ok krass 2,6 Millionen bist du gelangweilt? ach scheiße sorry alter was ist denn der Shortcut für abdocken? ach shift D ok STRG D die ganze Zeit gedrückt noch ah nächste Station noch weiter ach da so dann veräußern wir noch die anderen 3 kristallsorten ja Pegaso sorry du kriegst deine Befehle in circa 15 Minuten wahrscheinlich wenn diese Folge hier vorbei ist ähm oh ah stopp dieses Schiff ist so langsam ich mach 10 Kreuze wenn ich ein neues hab warte so jetzt konzentrieren wir uns ja das war nicht professionell das war nicht professionell erfolgreich angedockt gibt es auch Shortcuts für erfreut sie an bord zu begrüßen ich besuche den Händlerbereich weil da muss ich nicht immer hin und her rennen gibt es doch für Shortcuts? ne ne das hab ich früher glaub ich auch immer gemacht ne dass ich mich nochmal so um 100 äh 360 grad gedreht hab kann ich helfen bitte sehr 15 7 agi ja komm 1053 ist auch super 143 super alter 10,4 millionen guten profit danke für ihre Hilfe ach so wegen dem abschuss ja so 10,4 millionen haben wir auf dem konto LUMME Verteidiger LUMME was passiert eigentlich wenn ich die nicht nehme also mich nicht drauf setze kommt die wieder zurück anscheinlich wieso hab ich eigentlich vier inaktive Missionen was sind die vierte? wut? Plutus Plutus Mineralienangreifer 3 Einigkeit 7 bräuchte er eine Ressourcensonde achso damit er sein Silizium besser findet naja gut er macht's ja so auch ganz gut ah Bauplan wie sieht's denn aus? entmangelt an Computronik Substrat und Silikon Carbid ja das müsste ich eigentlich auf jeden Fall nochmal machen war hier nicht schätzwert? alter immer noch 1,7 millionen wow ah hab ich ihm das jetzt überwiesen? ok anscheinend hab ich das Geld überwiesen machen wir mal ein bisschen weniger boah na super das das macht den Co jetzt aber auch nicht fett alter was ist denn hier so teuer? ja Petronik Substrat wahrscheinlich war naja gut wegen den paar Kröten da ja gut ja gut das macht keinen Unterschied komm Schätzwerts akzeptieren ich denke dann sollten die das kann man dann sollten die die Teile gleich hier eintreffen und wir haben unsere erste Station fertig so wir haben jetzt noch an Geld 8, 9,3 Millionen ja von diesen 9,3 Millionen kaufe ich mir jetzt erstmal ein großes Schürferschiff was hier Nitrat Natrium nee Nividium das war's Nividium abbaut genau was wir dann in der nächsten im nächsten Sektor einfach für 586 Credits verkaufen können gut also Filter aus Filter weg welche nehmen wir wir gucken mal ob wir hier in der Teladi Station uns ein großes kaufen können erwartete fehlen Schürfer Gas ja Gas so du brauchst mindestens Alter Alter das kostet doch schon 1,1 eine Million Credits äh pff ja gut das sind dann Peanuts 300.000 was ist denn das Schild und das also was ist denn da der Unterschied naja ähm alter fuck ich bin jetzt schon bei 3,7 Millionen auch hier kann ich ein Schild drauf basteln ok was ist denn die Minimal Ausstattung ok er knallt direkt das Reiseschild drauf das ist ich hab null Schild ok kein Schild kein Angriff ein bisschen Software Verbrauchsgüter Gassammeldrohnen Frachtdrohnen machen wir jemals mal 5 ein Captain gibt auf jeden Fall mal 10 Service Mannschaft ok 3,9 Millionen ich sollte mal ein bisschen ein bisschen Schild zumindest mir raufbolzen so jetzt bin ich bei 4 Millionen das Ding haben wir komm da kriegst du auch noch mal ein Schild oben drauf ich will keine Angst vor dir haben ein bisschen ja komm ein bisschen Verteidigung müssen wir auch mal raufbasteln Puls Energie Plasma Laser tja tja ach wir hoffen einfach dass wir nicht angegriffen werden also Schild Schild einfach Schild Angriff haben wir gar nicht Software ist super Verbrauchsgüter haben wir ein bisschen Crew kommen wir mal 15 Crewmitglieder alter Schweder und das ist okay 4,1 Millionen zum Glück sind das Minuten und keine Stunden Bestellung abgeben das werden schlechte Nachrichten für Sie Split halten dich für Lust so eigener Besitz in 2 Minuten 15 fertig alter schön sehr sehr schön so wie viel Geld haben wir jetzt noch übrig wir haben noch 5 Millionen wie gesagt ich würde gerne mein Schiff ersetzen ich brauche also ich brauche nicht aber ich hätte gern ein besseres Schiff Fregatte Fregatte könnte vielleicht ein bisschen übertrieben sein aber was gibt es denn für L Schiffe ah shit ich komme die Zerstörer noch nicht ran weil ich dafür glaube ich die Lizenzen ich habe ja shit kann man sie erst auf 20 kommen gut kostet mich auch direkt mal 6 Millionen also nur das Schiff ohne Ausrüstung ja gut okay das ist ein bisschen teuer aber ein M Schiff können wir uns auf jeden Fall leisten achso hier ja stimmt das waren die Transporter sorry ähm was ist jetzt los oh ne Sturz das Spiel jetzt ab och ich glaube es hat nur gespeichert alter Spieler oh jetzt hatte ich ganz kurz Angst ok was gibt es da für M Schiffe ach kacke wieso komme ich denn da nicht ran er fordert Einsatzlizenz ist doch scheiße bei wem bin ich denn gut angesehen ach bei den Paraniden bin ich ja nur bei minus irgendwas ne papa papa ja plus jetzt plus minus null durch das handeln na super na super also Teladi oder die Terraner da kann ich fettere Schiffe schon kaufen wir können aber bei uns bei der Terraner kicken äh da da hätten wir Alter wieso komme ich denn da auch nicht ran Scheiße da brauche ich scheiße da brauche ich schwerer Jäger ja ok ich muss irgendwie auf 20 kommen ok bei den Teladi komme ich ran ein Adler Angreifer Alter was ist das denn aha ok wir haben hier draußen eine Poste gefunden das ist glaube ich so ein Schiff was ich schon mal gefunden hatte mit dem wir auch schon mal umher geflogen sind ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern dass ich dieses Schiff schon mal hatte naja ok so wir werden erstmal den Kranich Angreifer du hast die glorreiche Aufgabe also erstmal gehe ich hier rein was hast du für ein Kapitän keinen guten äh rufen kann ich helfen hier du wirst erstmal zwei Sterne so dann hat er exorbitant viele Service Leute danke für ihre Hilfe die alle schlecht sind achso weil ich ihn zerstört habe ich würde gern damit fliegen also die Kranich der Kranich wird hier bitte automatisch Bergbau Sektor sorry manchmal kommen wir mit den Kombinationen durcheinander automatisch Bergbau Sektor hartig was Entscheidung was Entscheidung what the fuck automatisch Bergbau Sektor wo kann ich denn den Sektor also Ware ist ich kann das gar nicht abbauen Helium Methan Wasserstoff okay okay scheiße Helium oh Gott wird ja auch nicht verkauft was Methan okay Wasserstoff Wasserstoff ach du scheiße auch Mann ich wollte ein Video machen oh I hate myself wo waren jetzt hier 65 wo denn oh Gott da hinten Helium, Methan, Wasserstoff Methan wird hier gebraucht okay dann werden wir versuchen hier mal Methan abzubauen Kommandant Kommandant und zwar in Hattiquars Entscheidung untergeordnet was denn das hier Mineralien und Gasregion das hier ist nur Gas, ne aber aber hier haben wir nicht einen Abnehmer ja der größte Abnehmer für Methan ich schicke sie zurück in das Nest wo sie geschlüpft sind teladianisches Stationssicherheitsschiff ah was ich hab doch was hab ich denn gemacht ich hab doch auch nichts gemacht ja der ist wahrscheinlich sauer dass ich da zweimal daneben geschossen hab ne ja das kann ich verstehen das kann ich verstehen ähm gut okay wir lassen ihn da mal sammeln beziehungsweise werden wir oder werde ich jetzt offscreen zu dem Schiff fahren also fliegen nicht fahren werde dort andocken und dann werde ich einfach selber mal ein bisschen schürfen also ja oder Gas sammeln in dem Fall schürfen wäre ja das andere aber das würde ich mir gerne mal angucken das Riesenschiff Superhighway jawoll dann werden wir nämlich mal in der morgigen Folge ein bisschen handeln und sammeln und so weiter ne haben wir das dann nämlich auch mal gemacht kam ja auch noch nicht so oft vor gut okay verabschiede ich mich und sage bis morgen zur Sammel also Methan Sammelfolge so werde ich es nennen wahrscheinlich ne gut tschüss haut rein komm den Sprung nehmen wir noch mit nö erreiche profitabler Handel 4 ich hatte euch übrigens erzählt dass ich hier ein profitabler Handel 4 ähm kristalle gesammelt habe ne ich glaube man versteht warum es ist nicht wenig was man hier vielleicht sammeln könnte ne so das zum Abschluss tschüss wie w w wie w